Ja, bist. Jan, kannst du mal im Köschern? Jo. Alter, ist hier voll reingedreht. Nicht absegeln hier, das wäre natürlich sehr schön für das Video, wenn ich hier reinfalle. Ist hier reingedreht, ja. Ich guck mir drunter her. Leute, loben mich doch mal, ich hab nen Lappen bei. Ihr seht doch, hier ist ganz schön Kraut drin, da muss man die mitten rausasten. Schönes Fisch hier, ne? Und auch hier sind Breitköpfe, die sind nur hier kleinen Fisch normal. Früher war Issel immer nur Spitzköpfe, die Zeiten sich ändern. Naja, perfekt.